Und jetzt? Ja, und jetzt nix. Jetzt Kaffeekränzchen. Rex Chance zu ihren Diensten. An die Arbeit. Kein Problem. Nach Hause. Okay. Ich bin bereit. Tja. Das hat Hand und Fuß. Er ist vergiftet. Fertig. Er ist vergiftet. Tja, schön ist es also nicht. Also es könnte deutlich besser sein. Rex wird angegriffen. Ich habe jetzt leider sehr viel verloren. Also wirklich leider. Und jetzt? Ich bin bereit. Kein Problem. Das hätte man zum Teil zu einem gewissen Teil vermeiden können. Aber er ist gleich tot. Rex Chance zu ihren Diensten. Fertig. An die Arbeit. Oh, das ist knapp. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay, der ist tot. Miss. Okay, nee, das möchte ich nicht mehr sehen. Das war ein bisschen uncool. Wenn ich das jetzt nochmal hinkriege, ohne meine Armee zu verlieren vielleicht. Indem ich die halt nicht Ewigkeit auseinanderziehe. Das wäre vielleicht auch ein Träumchen gewesen. Rex Chance zu ihren Diensten. Äh, okay, das war leider noch ein ganzes Stück weiter früher. Okay, das ist schlecht. Das ist... Ich bin bereit. Fertig, Boss. Habe ich denn noch... Äh, in Ordnung. Sie sind der Boss gespeichert. Okay. In Ordnung. Sie sind der Boss. So. Die Kreaturen werden angegriffen. Unser Stützpunkt werden angegriffen. Die Luftverteidigung aufbauen. Soll ich nicht. Soll ich so ein Quatschen. Ja, ja. Schade. Ich hätte gehofft, dass ich... Äh, das ist später nochmal gespeichert geworden wäre. Aber ich habe... Ich baue schon Stufe 5 aus, ne? Mal so gesehen. Oder nee, ist das doch 5? Warum kann ich die anderen da nicht bauen? Ach, weil das Stufe 5 braucht. Natürlich. Das Gebäude ist fertig. Hm. Das Roboteigungsrate. Natürlich. Bitte erhöhen hier. Entwicklung für Stufe 5 ist abgeschlossen. Ey. Zack, zack. Zack, zack. Das neue Gebäude steht. Ja, hier steht so einiges. Das Gebäude ist fertig. Ja. Fertig, Boss. Zack. Okay. Fertig, Boss. Jetzt haben wir beschäftigt. Okay. Mal gucken, was draus wird. Hier aus dem ganzen Laden. Ich meine, der obere Teil hat schon mal gut funktioniert. Äh, die Tendenz möchte ich an der Stelle gerne vorsetzen. Ich soll noch mal hier eine Runde ein bisschen mitreißen. Der Heinkampf ist halt immer eine schöne Sache. Im Sinne von, man muss nicht um die Barriere drum herum. Weil ich halt auch wieder aus der Luft ordentlich was machen könnte, ne? Das heißt, ich muss auch mal aus der Luft was ordentlich Starkes machen. Was habe ich denn mal hier? Das Zeug war Grütze. Mal so richtig. Ähm. Was habe ich denn mal aus der Luft, was irgendwie ein bisschen Bums hat und macht? Mein Killer war, ich will... Ich hätte gerne die Wale, also ich hätte gerne etwas, was halt wirklich Schaden macht. Im, meinetwegen, Sturzflug oder was auch immer. An sich Stier wäre natürlich nett, ne? Fliegender Stier. Erstmal hätte ich hier eine Fliege und alle ausblenden, äh, Lufteinheiten. Eine fliegende Grundlage. Hornisse, da habe ich mit Hornissen ernsthaft mal was gemacht. Wenn, wie ist die, die so? Das ist halt alles ein bisschen schwach, ne? Mal so gesehen. Der Guy ist halt stark. Ich muss nochmal einen Super Guy machen, glaube ich. Oder der Adler. Hacken, klauen. Klauen sind deine Füße. Äh, vielleicht kann man das dann auch kombinieren mit Hacken und allem gemeinsam. Ähm. Fähigkeitenwilder, nein. Was hätte ich denn mal gerne jetzt hier? Mit ordentlich, mit ordentlich Karacho. Äh, Chardon. Das kann ruhig Nahkampfschaden sein. Der weiße Hai. Dann nochmal einen weißen Hai ranpappen vielleicht. 327 Schaden. Das wäre doch mal ein Traum. Oder der Elefant. Was hat denn der? Herdenbildung Hörner. Ja, Sturmangriff. Durchbohren. Rasere Immunität. Ist natürlich stärker, ne? Ha. Wobei das schon gut ist. Ich will nochmal was mit dem Elefant machen, was sinnvoll ist. Also der sollte schon fliegen, ne? Tja. Schön. Ein Traum. Mhm. Mhm. Ha. Äh. Okay. Ähm. Okay. Das sieht super aus. Mal ganz ehrlich. Hahaha. Hahaha. Gefällt mir. Wunder, wunderhübsch. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, ne? Geschwindigkeit. Ja, ist okay. Ja. Naja. Naja. Der hat halt sonst nichts, ne? Der hat halt keinen extra Schaden gegen Gebäude und solchen Quatsch. Leider. Ah, sieht schon wunderhübsch aus. Größer, aber 18, ne? Der Adfant. Der gute Adfant. Ich probier den mal aus. Ich probier den mal aus. Mal gucken, was passiert. Das macht 18 Schaden. Der Adfant macht 22 Schaden. Beides hacken, die Scheren. Ah, ist halt Barriere zerstören. Das ist halt fantastisch. Gegen Gebäude. Aber, naja. Das neue Gebäude steht. Mach mal einen Adfanten draus. In Ordnung. Äh, Aero-Tank. Tank. Sie sind der Boss. Fertig, Boss. Okay. Das Gebäude ist fertig. Ja, hätte ich auch gesagt. Mach mal ein bisschen Luftkrempel mit dabei. Wobei, hier haben sie ordentlich Luftverteidigung. War das nicht so? Ah, ne. Ich hab hier ja schon aufgeräumt. Aha. Das Gebäude ist fertig. Ich hab ja schon aufgeräumt hier. Das irritiert mich noch immer. Die Kreaturen werden angegriffen. Anscheinend habe ich hier oben noch nicht aufgeräumt. Okay. Ich hab nur... Das hat schon aufgeräumt. Okay. Das ist noch nicht genug. Das sind noch nicht genug. Das ist nicht genug. Äh, der Adfant. Hat halt deutlich mehr Leben als die anderen Wiese. Aber... Na gut, vorbei. So viel teurer ist aber auch nicht. Das geht. Oh, hat man mehr Kohle insgesamt. So, im Gesamtblick auf alles. Braucht nicht mehr Kohle. Adfant ist das kein Adfant. Äh, Adfant. Ich kriege nicht mehr Lebenspunkte. Zack, bam. Ich hätte den erstmal testen sollen, bevor ich den upgrade. Hätte vielleicht den Dezenten auch Sinn ergeben. Aber der ist super. Vor allem der Tröte so schön. So was... Etwas, was aus der Luft kommt und selbst klingt wie so eine Luft... Die Kreaturen werden angegriffen. Die Warnanlage ist super. Wie so ein Fliegeralarm. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Was macht der denn da? Wir sind ja da hochgekommen. Die Kreaturen werden angegriffen. Wobei eine Gruppe an extra schneller Einheiten auch mal sehr interessant wäre. Dass man die halt besonders mobil macht. Wobei das halt... Na, wobei ist die Frage. Zum stürmende Basis hier hinten wäre das fast interessant. Dass man damit ordentlich Karacho dann da rein... ...rein... ...semmelt. Richard! Der ist so süß. Die Kreaturen werden angegriffen. na wo ist denn der flieger da ist er was ist hier angriff der kreatur hilfe unter ich merke es schon ich hoffe es sind also ich hoffe mal dass sie sinnvoll sind ich hätte gerne schöne fliegende einheiten ich brauche meinen großen mengen die frage was ab wann die herden also die leute aber aber was sie denn genau bringen die herde ob ihr dann widerstandsfähiger macht oder mehr schaden da bin ich mir tatsächlich noch nicht die kreaturen werden angegriffen ach komm die beiden dürfen mal hier die barriere machen die klingen wie kaputtes die kreaturen sind als ob man die 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 kupplung nicht ordentlich tritt ja okay die machen schon ein bisschen schaden die kreaturen werden angegriffen ja auch kommen die machen das geht da kann ich doch mit leben die kreaturen werden angegriffen ja die werden das blöde weil das von den stachen da angegriffen okay doch die adfanten sind schon ganz gut einfach weil der name schon ganz gut ist das muss reichen angegriffen gute name reicht vor allem die haben halt noch nicht viele upgrades drauf ne schaden muss noch ein bisschen erhöht werden angegriffen ja das ist etwas und gut ja mal eine reichweite hier rechts chance zu ihrem dienst an die arbeit unser stützpunkt wird angegriffen die kreaturen werden die machen das schon noch ne fertig mit entwickeln warte mal wieviel schaden macht der jetzt an den okay das ist okay es könnte halt mehr sein aber meine güte die lufteinheiten haben die idealen werte dafür haben sie den großen vorteil dass sie halt fliegen das ist halt immer so ein kompromiss rechts chance zu ihren diensten kein problem immer ein kompromiss rechts der mann ist in der gruppe dann aha die kreaturen werden angegriffen okay ich habe meine gruppe komplett aufgelöst bzw entnannt die kreaturen werden angegriffen ja die sind immer noch dabei da oben das passt schon so und jetzt kein problem es reicht wenn er die nummer drei hat okay ich habe 50 einheiten ich bin bereit 50 von 50 das heißt wir nochmal speichern ich hoffe das war okay soweit weil ich überschreibe das jetzt einfach mal ganz dreist ich draufgänger so die kreaturen werden angegriffen ja sehr gut und du kollege sind der boss ich muss hier noch mal ein bisschen stationäre verteidigung machen glaube ich okay so ist zum ganz groben abhalten von gegnern in ordnung also sehr grobes abhalten und jetzt kein problem ja okay flugfücher dürfen auch noch mehr verteidigung haben über die menge aushalten könnte geschwindigkeit auch noch erhöhen rechts chance zu ihren diensten an die arbeit die kreaturen werden angegriffen das ist ja gut ich hoffe einfach mal dass es etwas hilft hier aus der luft ich hätte was die kreaturen werden angegriffen die gewünschte entwicklung weil ich dann äh ne weil dann barrieren erstmal kein problem mehr sind das neue gebäude steht das ist so das konzept die kreaturen werden angegriffen okay ich brauche mehr feriengefahren und ich muss ihn noch mal nach vorne schieben hier damit er schutz bietet die kreaturen angegriffen okay es wäre schön wenn die sich automatisch heilen können ich würde gerne noch mehr kreaturen kreuzen können geht halt nicht aber ich hätte gern noch das regenerieren das mit drinne verschiedenste sachen halt das wäre ein traum einmal so ein klumpen hier das wirklich einmal ein klumpen hier kein problem ein einheiten klumpen sehr gut ich muss ein paar adfanden machen ich habe ich habe jetzt neue hoffnungen beziehungsweise ich hoffe dass die hoffnung nicht unberechtigt nicht unberechtigt ist die kreaturen werden angegriffen wenn sie werden nicht sie werden nicht dass die arbeit das gerät schlechthin sein aber naja wer oder was ist das schon fertig das hat hand und fuß das gebäude ist fertig kann man mit entwicklung hier ist noch nichts fertig das gleiche muss dann auch hier mal machen da ist auch noch eine strommöglichkeit ich werde mal gucken hier hier oben ist halt nicht so wahnsinnig da sind ein paar einheiten yay es sind nicht so wahnsinnig viele hat er überhaupt einheiten oder wie ist das die kreaturen werden angegriffen das neue gebäude steht wenn sie geben sich mühe der war einmal extra viel schaden drin was wo auch immer der her kam aber das geht ist okay das ist okay werden angegriffen ja sehr gut immer noch ach okay dann geh ich dann nochmal zurück würde ich sagen weil ich will da nicht zurück ich will da nicht zurück ich muss da gleich zurück miss hier kommen geht es zurück an die arbeit sonst möffelt er mich da gleich weg ich habe zu viel gefühl verloren zum gewissen teil die sind zwar immer noch hier zum teil aber aber zum teil halt auch nicht mehr so fertig und jetzt sie zerstören unsere gebäude ja ich komme ja schon eines von diesen dingen verfolgt mich ich komme ja schon ja das ist nicht ohne cool weil das reicht überhaupt nicht gegen so angriff unser stück angegriffen fertig und rechts die ganze leine hier rum ist auch kein problem an die arbeit die ganze leine rum wird sofort erledigt das war woran ich vorhin gescheitert bin der typ halte leine ist hier so alleine zerlegt wurde angegriffen ich bin bereit kann es sich vielleicht noch ein bisschen wehren hier ja wobei das geht jetzt besser sie zerstören unsere gebäude rechts wird angegriffen fertig an die arbeit ich bin bereit das hat hand und so er darf immer weiter weg hier die kreaturen werden angegriffen aber schon ein bisschen wir sind fies hier ach guck mal ok ginge das sind dann ist kein wunder dass es nicht klappt ja warte mal verfolgt nicht fertig an die aber es ist wirklich kein wurde dass dann meine ganzen arbeiter weg waren oder zumindest zum teil punkt wird angegriffen ist mein arbeiter hin hier haben wir es auch gemacht werden angegriffen die reist dann genau gar nichts gegen die sterben nur sehr ok der der anfang der macht das super gerade war das ist nicht verkehrt werden angegriffen sie zerstören unsere gebäude das labor wird angegriffen war ja was denn wo denn ja wo denn noch alles die ganze stress immer ich brauche luftabwehr hier oben war ganz dringlich er ist ja gut kein wunder dass alles schief geht war ganz ehrlich so eines von diesen dingen verfolgt mich ich merke ich weiß der ist tot sehr die kreaturen angegriffen das ist ziemlich todlich ja sie können wirklich noch mehr schaden machen aber es ist schon mal guter anfang die kreaturen werden angegriffen tatsächlich ein guter anfang mehr kann ich glaube ich wirklich nicht verlangen der boss fertig was so und hier unten was er so kommen so ein paar leute mit oben sie sind der boss und fertig was okay hier darf noch mal es wird nicht reichen und nochmals gemacht werden so unser stützpunkt wird angegriffen ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß so ist das leben leider die kreaturen werden angegriffen was dürfen wir kennen noch mal hier direkt angegriffen fertig mit bauen mitarbeiten so rex soll eine große denn da ich bin bereit rex renn weg auch nee nicht dass der geld stirbt und jetzt gehilfen werden der wird weg sterben wird sofort erledigt an die arbeit habe ich schnell rennt das soll okay das gebäude ist fertig das hat hand und fuß rex ist so schnell angegriffen fertig wird sofort aber wie knapp ist das denn mit der hand und fuß sie zerstören unsere gebäude ich bin bereit aber der rote der mag mich jetzt überhaupt nicht eines von diesen dingen verfolgt mich das neue das war richtig knapp und rex chance zu ihren diensten es war richtig knapp kein problem ich sollte ihn bei der gruppe belassen sofort erledigt das hat hand und fuß so stützpunkt wird angegriffen bitte noch was gemacht werden angegriffen hallo auch nee auch kinders gehilfen waren gegriffen in ordnung toll 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 aber wie viel flächen schaden das zeug bitte sie zerstören unsere gebäude fertig mit baum richtig viel flächenschaden hallo hallo ja ne okay das bringt nichts also richtig richtig viel flächenschaden und jetzt an die arbeit hallo das gefällt mir auch nee auch mal nicht das hat hand und fuß wirklich keine lust mehr und jetzt und das sollten das so und wird angegriffen aber auch eine reichweite das hat hand und fuß rex wird angegriffen und jetzt wird sofort erledigt die kreaturen werden angegriffen das gebäude ist fertig fertig boah ist das nervig gerade mal mit den ganzen biesten hier die kreaturen werden okay da muss auf jeden fall im wasser das weg gemacht werden hier das muss auf jeden fall schon mal weg da sind das stehen auch in erster linie die viecher von den gegnern rum also von den von den roten rum rex wird angegriffen blaue einheiten hat er glaube ich überhaupt nicht oder nicht nicht ernsthaft und jetzt das hat hand und fuß außer da hat er gerade mal angeflogen von mir ich bin bereit das gefällt mir nicht fertig überhaupt nicht okay wird angegriffen fertig boah in ordnung wir kriegen das trotzdem hin hoffe ich mal die kreaturen werden angegriffen ja noch mal ein paar hier hier die dinge halt so warum weil sie billig sind das kann ich so damit hat noch mal so eine flug wurstung hier machen die kreaturen werden angegriffen nur noch ein bisschen was zu reißen ich muss mir glaube ich ein bisschen heilung machen hier auf heilung gehen dass ich hier die ganzen kaputten leute mal ein bisschen ein reparieren können die kreaturen werden angegriffen und jetzt das hat hand und fuß die lufteingriffe sind zwar ganz gut aber das problem ist ja dann mal langsamer schießen die kreaturen sind sehr sehr viel schneller von der frequenz her einfach und wenn wir langsam sind dann dann ist es dann ist es können sie ruhig weniger schaden machen insgesamt gesehen ist es halt trotzdem weniger was dabei rauskommt klingt logisch ne die kreaturen werden angegriffen das ist jetzt okay die muss auch noch ein bisschen mehr haben hier so alle flugeinheiten hätte ich gerne mal hier bitte gegen das da oben ich bin bereit ich darf mich zu weit fort weg weg wegen hier war ich mal okay fürchte ich mal die kreaturen werden angegriffen in ordnung wenn ich mich zu weit fortwege dann habe ich da auch sehr viel pech gewünschte entwicklung ist abgeschlossen kein problem die kreaturen werden angegriffen wow rex chance zu ihren diensten wird sofort erledigt so die müssen wir an die hunde nehmen die kreaturen werden angegriffen ach goldchen natürlich haben sie doch noch verteidigung natürlich gehilfen werden angegriffen okay soviel dazu sie zerstören unsere gebäude soviel dazu kriegen die das hin zerlegen die das so ein bisschen die gebäude werden angegriffen ja toll warum sind sie da auch noch mal ganz ehrlich der kohlehaufen ist abgetragen unser stück vom fahrer angegriffen er ist nicht gut mir gefällt die mission schon mal nicht ich kann keine großen luftarmen hier machen eines von diesen sehen verfolgt mich es wird so nix ich glaube ich brauche große bodeneinheiten muss einfach alles kaputt stampfen damit ja ey das ist das ist grütze das ist richtig grütze haben wir überhaupt noch lufteinheiten wow ich habe einen elefanten die kreaturen werden angegriffen die sind noch nicht mal so knallestark die dinger aber naja sie sind halt sie sind halt da ich brauche einen akkuatank damit ich halt die extra starken biester hier bauen kann in ordnung wo ist rex da ist er wird sofort erledigt und jetzt das hat hand und fuß ja die werden halt die ganze zeit bearbeitet gehilfen werden angegriffen ich kann das so nicht das geht so nicht das geht so genau überhaupt gar nicht ich muss da oben die türme zerstören das ist vor allem die anderen biester die machen massiv flächen schaden so richtig ja äh die kreaturen werden angegriffen das ist wow ich habe gar nichts mehr ich bin bereit an die arbeit fertig ich bin bereit äh raserei regeneration die regeneration ist halt fantastisch barriere zerstört auch nicht ich mach nur noch mal ein paar von wenn die alles wenn das so ein alles so ein einmal einsatz ist dass sie zumindest die die türme zerstören können das ist ja schon mal viel gewonnen jetzt kommen sie auch noch von hier unten an ey ach man kein problem das ist doof hier vor allem äh ey mal ganz ehrlich das ist doch das ist doch doof so ich werde ich werde in dieser Stelle eine kleine aufnahmepause machen so vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bei impossible creatures ich muss mir was überlegen hier bis dahin tschüss bis zum nächsten mal